Ladies and Gentlemen, please welcome die Organisation dieser Convention. Monika Schirmer, der Praktur-Nomin, Walter Koenig und seinen Pferd Junior Level. Ich möchte euch ganz herzlich auf dieser Veranstaltung willkommen heißen, ebenso Monika. Wir lassen jetzt das Walter-Zeug sprechen, dann möchte ich noch etwas Organisatorisches sagen. Das ist es, das ist all I know. Wir sind sehr, sehr, sehr glücklich, Junior, und wir sind sehr glücklich, dass wir hier sind. Wir sehen uns vor allem zu sprechen, morgen und am Sonntag, mit dem Autografen zu sprechen, und zu sprechen über Star Trek, wo es ist, wo es jetzt ist und wo es ist. Und ich bin sicher, dass wir ein wunderbarer, wunderbarer Weekend zusammen haben. Vielen Dank.